Hallo, liebe physikalisch Interessierte! In diesem Video möchte ich den Einfluss der Lorentzkraft auf Elektronen und Ionen demonstrieren. Warum? Weil ich, konträr zur überwiegend naturwissenschaftlich geprägten Meinung, davon überzeugt bin, dass man mit Hilfe der Lorentzkraft die Funktion der sogenannten magnetischen Wasserbehandlung zur Kalkreduktion bei hartem Wasser erklären kann. Die Lorentzkraft, nach dem niederländischen Physiker Hendrik Anton Lorentz benannt, ist die Kraft, die alle elektrisch geladenen Teilchen, also Elektronen, Ionen und Moleküle in Kreisbahnen zwingt, sobald sie sich in ein Magnetfeld bewegen. Die Elektronendrehung kann man zwar nicht sehen, aber die Drehwirkung mit einem Kupferdraht ganz gut demonstrieren. Dazu habe ich aus einem gewöhnlichen Kupferdraht einen Leiterkreis gebogen und ihn mit einem Voltmeter gekuppelt. Unter diesem 4,5 cm langen Drahtsegment habe ich einen Permanentmagneten angeordnet. Kupfer besteht ausschließlich aus Kupferatomen. Die einzelnen Kerne werden in metallischer Bindung von ihren Elektronen an Gitterplätzen fixiert. Man spricht hier auch von einem Elektronengas. Jedes Kupferatom hat 29 Elektronen, davon jeweils 3 auf den Außenbahnen. Diese reagieren besonders gut auf das magnetische Feld und sind auch vorwiegend an den chemischen Bindungsreaktionen beteiligt. Alle Elektronen bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit um ihre Kerne. Obwohl sie sich natürlich auch hier im Magnetfeld bewegen, ist nach Hausen keine Verschiebungsreaktion erkennbar. Warum ist das so? Da sie ihre Kerne umkreisen, werden immer gleich viele Elektronen entgegengesetzt, durch das Magnetfeld bewegt. So hebt sich nach außen die Elektronenverschiebung auf. Bewege ich aber einen Magneten am Draht vorbei, drehen sich alle magnetisch erfassten Elektronen synchron im Magnetfeld aufgrund der Lorentzkraft. Diese Verschiebung bedeutet bewegte Elektronen und bewegte Elektronen bedeutet fließenden Strom. Und den kann man messen, wie sich unschwer am Ausschlag des Voltmeters erkennen lässt. Dabei drehen sich die Elektronen im Kupferdraht nur in diesem magnetisch erfassten Drahtsegment. Die Elektronenverschiebung setzt sich im gesamten Leiter fort und führt zu dem angezeigten Stromfluss. Die Drehrichtung der Elektronen ist dabei abhängig, wie sie sich im Magnetfeld bewegen. Der Kreisradius bei der Elektronenverschiebung beträgt in diesem Falle etwa 5 Pigometer. Wenn also der Nordpol auf den Betrachter zeigt und ich verschiebe den Magneten nach links, drehen sich die Elektronen in diese Richtung. Der Strom fließt so durch den Leiter, der Zeiger des Voltmeters schlägt nach links aus. Bewege ich den Magneten nach rechts, drehen sich die Elektronen in diese Richtung. Der Strom fließt auch in diese Richtung und der Zeiger schlägt nach rechts aus. Wenn ich jetzt den Magneten umdrehe und der Südpol zeigt auf den Betrachter, erinnern Sie sich, den Nordpol reingeschoben nach links, der Zeiger schlug auch nach links aus. So, jetzt wollen wir mal, jetzt ist alles genau entgegengesetzt. Das gleiche passiert auch, wenn ich nur den Draht bewege. Auf meiner Webseite physikalische-wasserbehandlung.info erfährt man Näheres zur magnetischen Wasserbehandlung, einschließlich der dazugehörigen Berechnungen. Wie sich die Lorentzkraft auf Ionen in Wasser auswirkt, wird in diesem Experiment sichtbar dargestellt. Hier wird der Einfluss der Lorentzkraft auf Ionen in Flüssigkeiten dargestellt. Ionen sind elektrisch geladene Teilchen in Atom- oder Molekülgröße. Sie entstehen durch gelöste Stoffe im Wasser. Wenn ich zum Beispiel einen Kochsalzkristall, chemisch NaCl, in Wasser löse, zerfällt er in Natrium- und Chlorid-Ionen. Zur sichtbaren Darstellung habe ich ein Klee seines Urohr mit einem starken, wässrigen Elektrolyten gefüllt. Damit man die Drehbewegung in der Flüssigkeit erkennen kann, habe ich noch farbische Kunststoffkügelchen mit eingefüllt. Wie bekannt, wirkt die Lorentzkraft im Magnetfeld nur auf bewegte Ladung. Die Ionen müssen also bewegt werden. Das erreicht man, indem man durch die Flüssigkeit einen elektrischen Gleichstrom leitet. So bewegen sich alle positiven Ionen in Richtung Kathode und alle negativ geladenen Ionen in Richtung Anode. Die Ionen wandern nun praktisch aneinander vorbei zur jeweils gegenpoligen Elektrode. Ich schalte jetzt den Strom ein und stelle das Gerät auf 10 Volt. Den Stromfluss erkennt man an der Gasbildung an beiden Elektroden. An der Kathode bildet sich in diesem Fall Wasserstoff und an der Anode Sauerstoff. Obwohl die Ionen jetzt wandern, sieht man in der Mitte des U-Rohrs keine Strömungsbewegung. Lege ich aber jetzt ein Magnetfeld an, wirkt die Lorentzkraft auf die Ionen und man sieht eine schnelle Kreisbewegung im Magnetfeld. Die schnellste Wanderungsgeschwindigkeit in einem elektrischen Feld in Flüssigkeiten wird dem H-Ionen zugeordnet, das in ausreichender Menge in der Lösung vorhanden ist. Laut Literaturangaben wird diese mit 32,7 mal 10 hoch minus 4 Zentimeter pro Sekunde und Volt angegeben. Der Elektrodenabstand hier beträgt 8,5 Zentimeter. Das elektrische Feld in der Lösung beträgt also 1,18 Volt pro Zentimeter bei 10 Volt angelegter Spannung. Rechnet man die Wanderungsgeschwindigkeit der H-Ionen in dem berechneten elektrischen Feld, müsste die jetzt ca. 3,9 mal 10 hoch minus 3 Zentimeter pro Sekunde betragen. Die hier gezeigte Drehbewegung ist aber deutlich schneller. Da das Magnetfeld auf bewegte Ladungen keine zusätzliche Beschleunigung bewirkt, ist das ein interessantes Phänomen, das man aber mit dem magnetischen Verhalten erklären kann. Denn ohne die Einwirkung eines magnetischen Feldes bewegen sich in dem Feld positive und negative Ladungen aufeinander zu. Sie kollidieren miteinander, ziehen sich an und reiben aneinander. Das heizt zwar die Lösung auf, verlangsamt aber die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen. Da sich aber im Magnetfeld positive und negative Ladungen in entgegengesetzte Richtungen bewegen, drehen sie in diesem Fall praktisch beide in dieselbe Richtung, und zwar ohne Kollision und ohne Reibung. Das führt letztendlich zu dieser hohen Drehgeschwindigkeit. Da Ladungsteilchen so innerhalb des Magnetfeldes eine Konzentration erfahren, wäre das auch medizinisch oder chemisch interessant. Sollte man mal überprüfen. Eines ist jedoch klar, die Lorenzkraft wirkt auf alle Ladungsträger, egal in welchem Medium sie sich befinden. Was die Lorenzkraft in Gasen angeht, Einfach mal im Netz nach Magneto-Hydrodynamischem Generator suchen. Ich hoffe, meine Ausführungen haben Ihnen gefallen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vergessen Sie bitte nicht, auf meiner Webseite physikalische-wasserbehandlung.info meine These nachzulesen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!